So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Wir haben wieder eine kleine Infofolge für euch vorbereitet und eigentlich habe ich gestern angekündigt, dass wir heute ein dickes, fettes Gewinnspiel für euch haben, aber ich wäre ne Schramses, wenn ich nicht einfach alles über den Haufen werfe. Das heißt, dass wir ein bisschen aktuell sind und damit die ständigen Fragen im Stream aufhören, was ist der nächste Raid Boss? Was kommt denn im April? Jetzt wissen wir mehr, das ist jetzt wichtig, das wollt ihr wissen. Alles zum April gibt es jetzt heute. Raid Bosse, Events, Spotlight Stunden, Events, alles was es halt so gibt. Ihr wisst, es gibt jeden Monat im Prinzip diese Übersicht für den kommenden Monat, wo alles beleuchtet wird. So, wie mein Gesicht, das wird auch gerade beleuchtet. Normal sieht das so aus, so wird es beleuchtet und ihr sagt, ist doch komplett egal, konzentrier dich aufs Video. Deswegen würde ich sagen, morgen gibt es das Gewinnspiel. Dafür gibt es auch extra Zeit fürs Gewinnspiel, ja. Normalerweise Gewinnspiele immer Dienstag, Auflösung dann am Montag danach. Wenn ich jetzt Freitag und Auflösung Montag, da hat es ja noch gar keiner gecheckt, dass es überhaupt ein Gewinnspiel gab. Deswegen werde ich wohl Freitag und dann den Montag nach dem Montag, die Auflösung und so weiter. Also, wir werden das schon irgendwie machen. Aber jetzt der Eventkalender für den April. Angefangen natürlich wieder mit dem neuen Forschungsdurchbruch und da werden einige jetzt sagen, oh mein Gott, ich habe noch nie ein blaues Quabbel bekommen. Der Ramses hat noch nie ein blaues Quabbel bekommen. Der hat gesagt, GBL, was? Da muss ich ja kämpfen, ich habe doch keine Ahnung. Niemals im Leben werde ich dieses Pokémon bekommen. Dann gab es natürlich nette Leute unter euch. Die haben mir aus der GBL einfach gechillt, einen Quabbel gekämpft, rausgezerrt und gesagt, komm hier, gebe ich dir. Hab dann also die Familie voll gehabt. Hab das dann also normal. Die Entwicklung, das habe ich dann männlich, das habe ich dann weiblich, das habe ich dann lucky. Also ich habe das so oft schon entwickelt, jetzt keine Ahnung. Und habe noch nie selber eins gefangen oder aus der GBL gezogen. Jetzt im Feldforschungsdurchbruch für alle. Da seht ihr immer, theoretisch ist nichts in Pokémon Go selten, weil manche Dinge kommen dann einfach für alle. Geronimatz, KBL, Bäm, irgendwann kam es dann aus Eiern, aus Raids, sonst was. Euch kann eigentlich nichts entgehen. Wie findet ihr Quabbel als Feldforschungsdurchbruch? Ich an sich finde das eigentlich cool, denn durch das Tauschen, da habe ich ja relativ schlechte bekommen, von den IV her. Aus dem Feldforschungsdurchbruch könnte ja sogar ein hundertprozentiges dabei sein. Das wissen wir aber natürlich nicht. Das rosa, ne, saß jetzt in der Wildnis rum die ganze Zeit. Viele, die GBL meiden, haben vielleicht kein Quabbel, wäre für diejenigen also ein neues Pokémon. Ist also für mich eigentlich eine coole Sache, sonst packen sie da Sachen rein wie Evoli. Dann lieber Quabbel für alle, das Blaue, zack, fertig. Haben die GBL das halt eher gehabt, die GBLer haben das eher gehabt, ihr kriegt das jetzt. Habt ihr schon ein Quabbel? Woher habt ihr euer Quabbel? Habt ihr das aus der GBL oder habt ihr euch das auch traden lassen oder sonst was? Oder sagt ihr, ja, ich hab eins, ist von rosa, das ist einfach irgendwie erfangen, wa? Dann schreibt das halt rein, wenn das so ist. Ansonsten, das heftigste Thema von allen, die legendären Raid-Bosse. Ich traue mich gar nicht hinzugehen. Wir wussten, es hat angefangen. Wir hatten Demeteros in der Inkarnationsform letztens, ja? Danach kam Boreos in der Inkarnationsform letztens. Dann kam Voldolos in der Inkarnationsform letztens. Und die Leute haben gefragt, was kommt denn danach? Man hat gesagt, naja, dann kommt Voldolos in der Tiergeistform, Boreos in der Tiergeistform. Ja, und dann, Demeteros kommt wohl gar nicht. Ja, doch, Demeteros in der Tiergeistform ist eigentlich das einzigst logische gewesen. Aber was kommt nach Demeteros? Demeteros, Boreos und Voldolos. In der Inkarnationsform, also... Die waren da auf der Wolke. Das zweite Mal, dass sie auf der Wolke da waren und wurden als Shinies eingeführt. Jetzt hatte man nur fünf Tage oder so durchschnittlich Zeit, sich eins zu gönnen als Shiny. Jedes hatte eine Raid-Stunde. Jetzt kommen die Tiergeister. Die Tiergeister sind sowieso eigentlich heftiger, besser, krasser. Und jetzt kommen die Inkarnationsformen nach den Tiergeistern trotzdem wieder zurück. Klar, die noch kein Shiny haben, freuen sich. Natürlich. Oder die noch einen Hunderter brauchen von irgendeinem. Ich finde, auf den Wolken, finde ich die drei eigentlich sehr cool. Als Tiergeister sehen die ein bisschen komisch aus. Aber ihr wisst ja, Demeteros als Tiergeist ist einfach heftig der Boss. Da ein Hunderter sollte herkommen. Voldolos hätte man sich auch ein Hunderter gönnen können. Ist trotzdem ein richtig heftiger Elektro-Angreifer. Guckt euch die Daten an. Wir wissen ja, am Dienstag, dem 30.03. ist der Wechsel. Dann kommt Boreos bis zum 13.04. Das sind auch wieder zwei Wochen. Dann am Dienstag, ich hoffe es ist auch Dienstag, 13.04. bis 27.04. Demeteros in der Tiergeistform. Das sieht aus wie ein, ich bin ein Entei. Fertig. Nur halt anders. Und dann ab 27.04. sind wohl alle drei gleichzeitig da. Das ist für Raid am Mittwoch. Ach, für die Raid Mania. Also das ist für die Raid Mania die Raid Stunde natürlich sehr cool. Da verschiedene Leute, verschiedene Viecher raiden. Ihr die Einladungen, wir die Einladungen bekommen. Und man dann entscheiden kann, nimmt man jetzt das Blaue, nimmt man das Grüne, nimmt man das Orange. Also, die verfolgen uns immer noch weiterhin, aber jetzt vielleicht endlich die Frage geklärt. Und vor allem offiziell, dass nach der Boreos-Tiergeistform auch die Demeteros-Tiergeistform kommt. Weil Leute gesagt haben, der ist gar nicht angekündigt. Ja, weil der erst im April kommt. Und deswegen ist er jetzt da. Wie findet ihr das? Braucht ihr noch Shiny bei den Inkarnationsformen? Fehlt euch eins von denen? Oder für die Aufgabe, wo die Leute gesagt haben, äh, wann kommt der Boreos? Mir fehlt eins für die Aufgabe. Ja, jetzt habt ihr ja noch ein paar Mal die Chance dazu, ne? Jetzt fragen jetzt die Leute bestimmt wieder, was denkst du, was nach den Wolken kommt? Im Mai? Schreib's mal in die Kommentare. Wir sind gespannt. Ich finde, ist okay, wenn die alle zu dritt nochmal da sind. Da können die Leute sich auf das fixieren, was ihnen jetzt fehlt. Als wenn jedes nochmal eine Woche oder zwei Wochen da wäre. Und die zwei sind ja eh dann erstmal zwei Wochen und dann geht's also richtig ab. Mega Pokémon. Was haben wir Mega Pokémon hier? Bis 4.4. gibt's noch Hundemon, Rexblitzer, Mega Voltensow. Wir haben auch eine Umfrage gestartet für heute Abend. Jetzt muss ich mal kurz hier drauf, wie ich das find. Heute ist der Donnerstag, ne? Wo ich das jetzt gerade aufnehme. Und wir wollten heute Abend Rates für Zuschauer machen. Weil immer viele sagen, ah, kannst du mal wieder Mega Raids oder so machen. Haben wir gesagt, können wir machen, wir helfen euch da. Haben die Umfrage gestartet, nämlich genau mit diesen drei Viechern. Hundemon, Voltenzo, Rexblitzer. Und Voltenzo hat die Nase vorne. Gut, Voltenzo ist auch am frischesten von den dreien. Äh, Voltenzo haben aber eine komplette Raids für Zuschauer-Folge schon gemacht. Stunden lang und das Interesse daran war jetzt eher nicht so groß. Aber das heißt ja, wenn das größte Interesse daran ist und dann einen anderen noch weniger, würde wohl bei einer Hundemon oder Rexblitzer Stunde vielleicht dann fünf Leute einen Raid machen und dann wäre auch wieder gut. Ist für uns weniger Stress. Den fünf Leuten ist trotzdem geholfen. Trotzdem sind die noch da bis zum 4.4. Streicht's euch an. Dann ab 4.4. Bis Monatsende. Ein bisher noch nicht veröffentlichtes Mega-Pokémon. Da können wir jetzt alle mal... Was könnte als nächstes Mega-Pokémon erscheinen? Irgendwo wurde vor kurzer Zeit ja mal Mega Stolos gefunden im Code. Ich würde jetzt einfach auf Mega Stolos tippen. Obwohl Mega Stolos im Code ja schon vor Mega Voltenzo gefunden wurde und trotzdem kam dann Voltenzo statt Stolos. Weil mir nichts anderes einfällt, würde ich trotzdem sagen, ich sag Stolos kommt. Stolos, Mega Stolos, finde ich, sieht auf jeden Fall heftig aus. Ist trotzdem irgendwie ein nutzloses Pokémon. Vielleicht wird's dann krass als Stahlangreifer. Mega. Vielleicht das neue Metagross. Wer weiß das schon. Aber Mega Gross kriegt ja auch eine Mega-Entwicklung. Ich freue mich auf jeden Fall trotzdem über neue Pokémon. Wird's wieder einen Community-Raid geben dazu zu dem neuen. Dann, wenn Energie da ist, wieder das Männliche, das Weibliche entwickeln. Und dann wieder einen zum Best-Body machen. Hunderter entwickeln. Shiny entwickeln, wenn's das jetzt Shiny gibt. Dann haben wir beide aber ab 5.4. bis 20.4. Ja? Mega Gengar und Mega Voltenzo. Das heißt, das neue ist den ganzen Monat da und statt, gut, Voltenzo bleibt, Hundemon und Rexblissar fallen weg und dafür kommt Gengar zurück. Ihr habt dann also Voltenzo, Gengar und das neue. Finde ich dann, ist Gengar interessanter als Voltenzo. Aber vielleicht ist das neue am interessantesten. Und dann fliegen sogar Voltenzo und Gengar raus. Ab 20.4. Und ihr bekommt Bisaflor und Rexblissar. Also Rexblissar wieder zurück. Ist ja Eis, aber auch Pflanze. Bisaflor ist halt Bisaflor. Stardar? Ja, ich glaub, da ist das Interesse an Rexblissar wohl doch noch eher gegeben als an Bisaflor. Aber trotzdem ist auch der neue da. Zack. Schreibt ihr mal rein also, was ihr denkt. Was wird der neue Mega Raid sein? Und freut ihr euch auf Gengar und Bisaflor? Auf die Rückkehr? Braucht noch jemand Gengar oder Bisaflor? Das andere Zeug ist ja jetzt alles noch da. Raidstunden. Natürlich wird's wieder jeden Mittwoch eine Raidstunde geben. Irgendwie sollte es ja am Donnerstag jetzt immer besondere Bonusstunden noch geben. Die gab's jetzt aber dreimal. Seitdem hat man nichts mehr davon gehört. Hier steht auch, glaub ich, nichts. Also denk ich mal, das war ein kleiner Test. Ist erst mal wieder fort. Rampenlichtstunden. Auch ganz wichtig. Die Rampenlichtstunden. Immer am Dienstag. 18 bis 19 Uhr. Ihr wisst, gibt's immer ein Pokémon. Meistens auch als Shiny. Heißt aber nicht, dass alles, was da reinkommt, Shiny sein muss. Wir haben am 6. April. Haspiror. Kann Shiny sein. Doppelte Verschickt-Bomboms. Okay. Ihr könntet also klickern und währenddessen euren Beutel ausräumen. Um alles wegzuschweißen. Am 13. April. Mankey und Entwicklungs-EP. Ihr könntet also klickern und nebenbei einfach alles entwickeln. Mankey ist Shiny da. Haspiror ist Shiny da. Ähm. Mankey finde ich persönlich sehr cool. Am 20. Kommt dann Slimer. Gibt's auch als Shiny. Mit Doppelfang-Sternenstaub. Ist also der beste Bonus. Würde ich da sagen. Und am 27. April. Finneon. Und Doppelfang-EP. Finneon. Gibt's momentan nicht als Shiny. Kann vielleicht sein, dass es bis dahin als Shiny-Released ist. Äh. Ich denke mal, das wird aber trotzdem einfach normal als Pokémon da reinkommen. Ist wohl das seltenste von den Vieren. Deswegen für manche einfach nur die Chance vielleicht auf ein Hunderter oder noch ein paar Bonbons zu fahren, wenn die die Entwicklung noch nicht haben. Irgendwas. Dann neuer Monat. Wisst ihr ja, dass die Spezialforschung vom Giovanni wieder wechselt. Das heißt, Arctos ist im März. Wer aber seine Forschung vom März erst im April abschließt, bekommt also dann Zapdos. Und sobald die abgeschlossen ist, könnt ihr ja dann die April-Forschung abschließen. Ihr könntet euch also zweimal Zapdos holen. Ich habe meinen Arctos schon abgeholt. Ich werde meinen Zapdos auch einfach abholen und ich werde dann das Lava-Dos im Mai abholen. Beziehungsweise, wenn angekündigt ist, was dann den Monat danach kommt, vielleicht doch warten. Oder ich weiß es nicht. Eigentlich will ich immer genau das eine so. Manche lassen was aus, haben dann was vergessen, haben dann das nicht bekommen. Dafür haben sie 10 Krypto-Mutu. Ist vielleicht sogar schlauer, aber ich will immer up-to-date sein und mache das immer so fertig, wie es kommt. Und also Krypto Zapdos, wenn ihr Arctos noch nicht abgeholt habt, dann wartet halt auf Zapdos und gönnt euch zwei. Finde ich, ist nützlicher. Ansonsten, wenn ihr sowieso keins von denen habt, dann holt euch halt alle drei in jedem Monat, wo immer das jeweilige da ist. Dann weitere Events, auch angekündigt. Am 4.4. bis 8.4. gibt es ein Frühlingsevent. Oh. Ein Frühlingsevent mit Vonera, Schanera und Haithera mit Blumenkranz. Im Endeffekt könnt ihr dann vielleicht das Shiny wieder mit Blumenkranz wild fangen und entwickeln. Aber das Baby brüten mit Blumenkranz. Das Ganze hatten wir schon bei Togepi. Jedes Mal wird gefragt, Ramses, hast du ein Shiny Togepi mit Blumenkranz für mich? Vielleicht beim Frühlingsevent die Chance, ein Togepi auch zu brüten mit Frühlingskranz. Und Vonera mit Blumenkranz. Also, ihr kennt diese Frühlingsevent, sind ja immer mal, vielleicht kommt dann auch das Pikachu mit Frühlingskranz zurück, Blumenkranz, wie auch immer. Aber 13.4. bis 18.4. die Rivalenwoche rund um rivalisierende Pokémon. Mehr steht da noch nicht. 20. bis 25. Nachhaltigkeitswoche. Unter anderem mit Slimer und Unratütox. Oh mein Gott. Eine Woche Unratütox. Ich glaube, da freuen sich die meisten natürlich. Vielleicht Shiny. Bruder, Unratütox, Shiny. Wer weiß das schon. 24.4. Tag der Freundschaft. Da kann man bestimmt wieder mehr Geschenke öffnen. Garantierte Geschenke an den Stops. Man kann bestimmt, wenn man interagiert, gleich zwei Stufen interagieren statt eine. Ende April ein besonderes Event, das bis in den Mai andauert. Das April-Mai-Fest. Oh, ist das nicht schön. Ja, das kommt wahrscheinlich dann auch. So, kostenlose Boxen steht auch dabei. Auch im April gibt es wieder jeden Montag im Shop einmalig eine kostenlose Box. Diese enthalten jeweils einen Fan-Raid-Pass und weitere Items. Also wer immer sagt, wann gibt es wieder Pässe. Jeden Monat kriegt ihr also eine Box mit einem Fan-Raid-Pass kostenlos. Das ist eigentlich alles schon. Wie gesagt, wie findet ihr Quappel? Finde ich coole Sache eigentlich. Hier ist man natürlich froh, dass ja auch die Tiergeistform noch rauskommt von Demeteros. Dann habt ihr nochmal die Chance, alle drei Geister auf der Wolke zu bekommen. Fehlt euch da noch einer oder nicht, schreibt es mal rein. Was ist das neue Mega-Pokémon? Ich tippe trotzdem auf Stolos. Wenn nicht, ist mir auch recht, weil es ist auf jeden Fall neu. Raid-Stunden sind klar. Rampenlicht-Stunden, wie gesagt, finde ich die Slimer-Stunde glaube ich am besten. Ich finde Slimer ist seltener als Mankey, als Shiny so, weil Mankey hatte ja sein eigenes Kampf-Event mal mit Macholo. Slimer hatte in dem Sinne kein Event, also eine Slimer-Spotlight-Stunde und Doppelstaub. Mein Favorit. Crypto Zapdos haben wir dann die ganzen Events und ich sage es wie immer, nehmt euch euer Handy. Geht in euren Kalender auf dem Handy. Jeder hat ein Handy, der Pokémon Go spielt, ja. Und jeder hat im Handy irgendwo einen Kalender. Dann geht halt drauf, macht es wie ich. Zack, Kalender. Dann tragt euch das hier ein. Es ist gerade hier der Metz und überall, wo dann blauer Punkt ist, ist irgendwas Besonderes. Das nächste, was ich hier sehe, ist zum Beispiel der 27. Und dann steht einfach da Rayquaza, sodass ich weiß, am 27. kommen Rayquaza in die Raids. Am 28. steht das auch noch da. Am 30. 26. Ihr seht, Boreos Tier, 8 Uhr. Sprich, Boreos kommt ab 8 Uhr in die Raids, in der Tiergeist-Form. Was natürlich nicht stimmt, weil es irgendwie ab 10 Uhr ist oder so. Muss ich mir doch mal angucken. Und dann habe ich mir auch gleich die Spotlight-Stunde eingetragen. Nämlich Schneckmark. Schneckmark mit Fangbonbons. Schneckmark und doppelt Bonbons fürs Fangen. Und so habe ich eigentlich immer alles dabei. Ich kann immer nachgucken, was gerade läuft und was wichtig ist. Und so könnt ihr das auch machen. Dann müsst ihr nicht ständig immer wieder fragen, hey, was war wann, wie, wo. Ich weiß, wenn sowas angekündigt ist, in einer Woche, zwei Wochen, was war nochmal wann? Keiner weiß es. Dann so ein Video raussuchen im Internet. Manchmal findet man es, manchmal findet man es nicht. Deswegen schreibt es euch ins Handy. Kann ich nur jedem empfehlen. Ist eine gute Sache zur Not. Dann fragt halt im Stream nach. Und dann habe ich es ja im Handy stehen und kann es euch vielleicht beantworten. So. Das war der Senf zum April. Zum April Event-Kalender. Das war es von meiner Seite aus. Und morgen kommt das große, heftige, dicke, fette Gewinnspiel. Seid gespannt. Schaltet wieder ein. Heute Abend auch Rates für Zuschauer, wie gesagt. Mit Mega-Rates. Wohl Voltenzo. Aber vielleicht schaffen wir es auch noch ein anderes irgendwie unterzukriegen oder so. Kommt drauf an. Wie lieb ihr seid und wie brav und wie ihr mitmacht. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.